Oh, scheiße, 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 scheiße. So. Ich hatte was verstellt. Entschuldigung und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Falke von Reach. Oh. Mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich mag diese Waffe. Da. Aha. Au. Sei zu stumm. Oh, 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 oh. Die sollen wir ihn retten. Halt. Hör auf, warte, warte, warte. Oh, jetzt reicht's. Ih. Guck, was ich mit deinen Freunden gemacht hab. Oh, hab ich mich erschrocken. Das hört gar nicht auf. Oh, jetzt hört so eine. Schießt in den Anus. Ich mach dir ganz viele, kleine. Oh. Ah. Irgendwie ist hier was mit dem Soundpack. Die waren so leise. Ich weiß aber auch nicht genau, ob das eine... Das ist ja eine optionale Mission, ob es daran liegt. Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich nicht rein. Die hat doch eben noch da rumgehampelt. Warte mal. Gut. Vier. Ja. Super, ne? Oh. Ah, geh weg. Ich hing irgendwo. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Hä? Das sind die Reelgun-Geschosse? Also. Na, endlich. Da kommt noch einer. Ich hab dich getroffen. Was ist denn das für ein Quatsch? Na, siehst du? Geht doch. Löst euch auf. Hier kann ich... ...nix machen. Hier liegt was. Das nehmen wir mit. Ich hoffe, ich hab keinen Loot übersehen. Hat mich ein bisschen verwundert. Event 4. Oh, was ist das hier? Oh, ja. War klar. Die sind einfach zu schnell. Um die treffen zu können. Ah, aber das geht mit der Schrotflinte auch. Die Reelgun hebe ich mir lieber auf. Einer ist hier noch. Oh. Ich glaub... Ich hätte... ...die Sprache ganz leise gestellt. Vielleicht liegt es daran. Ah, nicht auf. Irrt. Ja, brav. Lös dich auf. Komm. Ach, da ist noch einer. Ja. Komm, ich hab auch nicht das Gefühl, dass ich sie treffe. Nachladen. Oh, ich hänge. Ah. Lass mich nochmal weglaufen hier. Oh, da kommt der Nächste. Muss genau die Rübe treffen. Ach, die Tür gehen auf. Gut. Den gehen wir mal hier lang. Oh, freigend. Ah. Klappt aber auch nicht immer mit der Rübe. Hier kamst du raus? Aha. Sehr schön. Ich will mal gucken, ob wir was bauen können. Was bauen? Da? Nein, da. Mini-Granaten? Äh, ich nehme mir mal Bau-Alles, ne? Ein Bombenauto. Sonst fehlt mir. Ah, so einen Schlossknacker bauen wir mal. Ist noch irgendwo. Und jetzt ist die Eins weg, ne? Na gut. So. Ne. Entschuldigung. Hab ein paar Tage nicht gespielt. Und da haben wir noch sieben. Oh. Die haben wir ja auch noch. Weißt du? Ah, scheiße. Dass man hier immer hängen bleibt. Lästig. Haben wir denn noch andere Munition? Pulsschuss. Mini-Granaten. Wir nehmen mal aus, würde ich sagen. Ach so. Das habe ich lange nicht gemacht. Ah. Ah. Da kommt schon einer. Oh, wenn man trifft. Da sehe ich schon die Nächsten. Da kraucht er. Oh, 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 oh. Überleg es dir. Ich gehe mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo lang. 78. Hier kann ich nicht hin. Oh, ich höre schon. Au. Man muss sie wirklich millimetergenau exakt treffen. Sonst passiert das. Baller ich die hier alle weg. Wir haben zwar eine enorme Schadenswirkung. Aha. Hey. Was sind das für verkrustete Viecher? Aua. Ah. Oh, das sind viel zu viele. Er kreischt wieder. Ah, jetzt kommt der. Boss. Heimself hier. Ah, Mann. Nimm doch die andere Waffe endlich. Genau. Oh, oh. Scheiße. Ah, Mann. Ah, Mann. Wie nehme ich denn Medi-Pack? So war das, ne? Ich habe ja genommen. Mal schon wieder nachladen. Haben wir noch sieben? Ah, Scheiße. Äh? Tu es deinem Boss gleich. Und sterb. So, und jetzt? Das war er noch nicht. Ach du Scheiße. Hätte ich das geahnt. Nehmen wir mal wieder die anderen. Ja, hier die Sachen. Zum Verkaufen. Licht gibt es ja hier keins. Ich bin doch Messi. Ich sammle alles. Ah. Hallo, Freund. Und warum läufst du weg? Warte doch. Ey. Kannst aber was ab, Junge. Da soll ich runter? Jetzt gucken wir aber erstmal hier noch. Aber hier ist nichts weiter, ne? Hier ist doch eben so ein Klumpen hingehüpft. Ach du Scheiße. Das gefällt mir über. Ah, ich könnte ja mal wieder den tun. Überhaupt nicht, wollte ich sagen. Ach, was mache ich denn? Ich habe die Lut-Taste verwechselt. Oh Gott. Ach so, ich soll hier was tun. Ach, die sind vor mir. Kommen wir zu Hilfe. Ich muss nachladen. Warte. Scheiße. Ich wollte eine andere Waffe. Ach, Mist. Ich habe hier eben eh gesehen. Ich konnte was nehmen. Ich muss andere Munition nehmen. Nützt nichts. Warte, 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 warte. Die bringt hier nichts. Oh, die bringt auch was. Hätte ich gar nicht gedacht. Kultschuss. Oh. Da war. Aua. Drück doch nochmal drauf hier. Mann. Mann. Oh. 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 Halt, 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 halt. Warte nochmal. Oh. Was? 43. jetzt ist grün können wir weiter ich geh erstmal hier oben gucken die kann ich auch weiter ach das war der hä ja ich bin noch im TS Entschuldigung ich dachte der Manfred hätte noch was in der Nachricht oder so für mich aber der ist raus sehe ich gerade aha nie MG Munition brauche ich nicht ein Eintopf ein Bonnen Eintopf kann ich jetzt hier kann ich auch wieder was machen aha würde ich dasselbe machen können ich bin verwirrt Minigranaten so wartet mal ich werde mal die Waffen nachgeladen die ist auch augenscheinlich ist auch da habe ich nur noch drei schade eigentlich die würde hier aber nicht so viel bringen habe ich hier andere Munition eigentlich drei Feltrit Munition wenn ich mal die Feltrit die Gegner sind hier doch ein wenig haariger ist vielleicht nicht ganz so günstig aber die sind auch ziemlich stark gepanzert vielleicht hilft das da ein bisschen mir ist nicht so sehr wohl wo war ja die Basis betreten wir haben die Basis gefunden Tunnelblick ja den habe ich hat ja eine schöne Maske die hätte ich gern für Forrest naja Forrest ist ja nun schon lange Geschichte leider aber vielleicht kommt ja nochmal wieder was Neues aber die Story sind wir ja eigentlich ruhig schon lange wenn das hier erscheint nehme ich mal an ich weiß es gar nicht aber eigentlich sollte es schaffen sein ich werde folge Spender von ihm hier ich habe ein super Schnäppchen für dich du hast ein Schnäppchen für mich der hat Muni hat der Muni? ja wir gucken mal wir brauchen was ist das? Nägel nein was ist das? nein 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 davon habe ich noch reichlich brauche ich nicht Stahlmunition Feldrit wie viel Kohle habe ich denn? ich kann ja auch was verkaufen stopp 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 ich habe ja was was ist das? der C-Auto-Bausatz nein 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 das sind die richtigen Sachen Bücher Katzenfutter so Objekte kaufen diesmal habe ich dran gedacht was ist das hier? AV2 Puls Ladung oh ja die hätte ich mal nehmen sollen ich werde mir hier mal spezielle Munition kaufen so was ist das hier noch? Fatboys hab ich aber ich brauche diese Railgun-Geschosse mir geht nicht Stahlstab Zielsuchraketen die haben wir doch noch Pfeiber-Raketen ich muss bloß mal das Ding umstellen dann nehmen wir die mal so was haben wir hier? Minikanmoni das ist fürs Auto HE-Granaten haben wir auch noch Pult-Schuss das sind elektrische Bolzen sag mal das ist die normale Schrot-Munition die andere hat er nicht na gut danke Freund so mal gucken hier können wir hoch oh ist das riesig und da komme ich ich schaue mich hier erstmal um hier kommen wir nicht weiter ich muss da hoch sieht so ein bisschen seltsam aus hier wie so ein alter Tempel hier erinnert mich ein ganz klein wenig an Doom wenn ich das hier so sehe gleichversprechend ja natürlich äh auswählen annehmen ist mir jetzt egal so zurück fortsetzen gleich für Zarich huha na gut dann mache ich die Folge mal diesmal bisschen kürzer das ist ein alter Tempel hier hier war eine Ausgrabung steckte oder so vermute ich jetzt mal wir machen die Folge mal ein bisschen kürzer und wir sehen in der nächsten Folge wie es weiter geht ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und das den Like nicht vergessen da ist eine Falle oder sowas das sehe ich doch hier schon tschüss